Oh, Leute, da haben wir einen von neun legendären. Ich würde sagen, den schießen wir mal mit der Glock. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch auf dem Kanal Magic Fruity und willkommen zu einem neuen Video von The Hunter Call of the Wild, The Nature's Wild, The Nature's Gun, The Nature's Neue Waffen. Und zwar Handfeuer Waffen. Ich habe mich die ganze Nacht vor Steam gebunkert, habe jede 5 Minuten Steam aktualisiert, um euch die neuen Waffen zu zeigen. Ich habe 3,50 Euro ausgegeben für die drei neuen Waffen, um sie euch zu zeigen, um sie zu testen. Und dann könnt ihr entscheiden, ob es sich für euch lohnt. Ich habe das Ganze gemacht. Hier starten wir, einmal kam die Waffe, die 243 R Cuomo Champion. Die hat ein Gewicht von 1. Die meisten Waffen haben ein Gewicht von 1,5 oder 2. Also die ist schon relativ leicht. Es gibt noch eine andere Waffe, wie zum Beispiel die anderen. Die kam nicht neu raus, aber die hat auch ein Gewicht von 1. Hier seht ihr es. Und wir starten hier direkt mit der R Cuomo Champion 243. Die hat ein, hier seht ihr die verschiedenen Angaben, Nachladezeit, Präzision. Diese wunderschöne gefertigte einschüssige Kipplaufpistole erfreut sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit und der großen Ausdruck. Könnt ihr euch ja durchlesen. Und wir haben hier einmal die 243 Winchester Munition. Die ist für die Waffenklasse 2 bis 6. Also normale Gewehrmunition. Und auf die Waffe können wir, glaube ich, auch ein normales Gewehrvisier draufpacken. Und dazu dann halt hier noch die Aufpilzmunition. Aber wir verwenden die Durchschlagskraft Munition. Ich weiß auch nicht, warum ich hier bei der Munition 9031 mal gekauft habe. Da war mir, glaube ich, ein bisschen langweilig. Und ich habe die falsche Munition ausgewählt. Dann kommen wir zur nächsten Waffe. Und zwar der... Der 45 Rollstone Frontier. Und ja, das ist so ein richtiger, wie soll ich sagen, auch ein Western Revolver. Der hat kein Visier. Also nur mit Kimme und Korn. Hier haben wir einmal die Vollmantelgeschosse und die HC-FKG-45 Colt Munition mit der Aufpilzung. Und da verwenden wir aber auch die 55er Durchschlagskraft Munition. Und zur letzten Waffe richtig krass auf jeden Fall. Also fühlt man sich auch, als wäre man bei GTA hier die 10mm Davani 40A Glock-Polizeiwaffe, Räuberwaffe. So kann man das, denke ich, formulieren. Hier Präzision von 85 und eine effektive Schussweite von 50. Und eine der Waffen, mit der können wir auch auf 150 Meter stellen. Hier haben wir ebenfalls die Durchschlagsmunition. Und ja, wir sind hier am Schießstand in Hirschfelden. Und wir fangen direkt mit der ersten Waffe an. Nämlich hier mit diesem schönen Revolver. Wir setzen mal zurück. Okay, müssen wir nicht, weil wir nicht mal angefangen haben. Und stellen mal hier, da können wir bis 200 Meter nullen. Okay, okay, okay. Dann stellen wir mal hier auf 200. Und gucken mal, ob das klappt. Ob die präzise ist. Also wir sehen, auf 200 Meter, die ist schon massiv präzise. Mal gucken, wie die nachlädt. Dann müssen wir mal hier nochmal schießen. So, kippt nach vorne um. Neue Munition rein. Hat halt immer nur einen Schuss. Aber wenn man das mal mit der Ranger vergleicht, die hat halt nur ein Gewicht. Also da könnt ihr theoretisch die Ranger und die und noch zwei weitere mitnehmen. Und gefällt mir sehr. Die probieren wir gleich mal bei einem Tier aus. Aber erstmal kommen wir zur nächsten Waffe. Und das ist hier unser Revolver. Erstmal setzen wir zurück. Und kommen hier zum Colt. Und da haben wir nur Kimme und Korn und eine Nullung bis 75 Meter. Stellen wir mal hier auf 50 Meter. Und gucken mal, wie. Oh, der Schuss war gut. Der Schuss war auch nicht schlecht. Also, auch ganz gut. Mit der Waffe würde ich euch empfehlen halt eher vom Namen zu schießen. Denn die hat halt kein Visier. Jetzt gucken wir mal an, wie die nachlädt. Okay, die rutschen so aufentspannt raus. Und dann halt wieder nachladen. Halt eine längere Nachladezeit. Ihr seht es. Also, ich würde sagen, fast schon länger als beim Vorderlader. Vielleicht nicht ganz so lang. Aber trotzdem gefällt mir sehr. Hier in der Gold-Variante. Die gibt es natürlich auch, wie bei der Glock hier. Boah, auf die bin ich mal gespannt, Leute. Also, ich glaube, die macht wirklich keinen Spaß. Die kennt keine Kompromisse. Stellen wir mal, hier können wir auch bis 75 Nullen. Da haben wir natürlich auch... Da haben wir natürlich auch die... Da haben wir auch ein Visier. Das Visier weiß ich nicht. Also, besser natürlich als Kimme und Korn. Aber jetzt vielleicht auch nicht so ganz genau. Stellen wir nochmal hier auf 50 Meter. Sehr gut. Und probieren das Ganze mal hier mit dem... Boah! Auf jeden Fall... Auf jeden Fall eine coole Sache. Jetzt gucken wir mal, wie schnell die hintereinander schießt. Also, da bleibt vom Kaffernbüffel wenig übrig. Auf jeden Fall krasse Sache. Hier auch schnell nachgeladen. Müssen wir halt nur gucken, wie die... Die hat zwar viel Schuss. Man weiß jetzt nicht, ob die so viel Schaden macht. Durch diese 15 Schuss. Also, es kann ja sein, dass sie ein bisschen weniger Schaden macht. Aber dafür 15 im Magazin hat. Ich stelle jetzt hier nochmal... Wo kann man das machen? Gibt es hier auch 25 Meter? Nein, es gibt keine 25 Meter. Aber... Trotzdem hier... Auf jeden Fall krass. Nochmal hier auf... Dings. Nochmal ohne Visier. Also, da würde ich fast schon empfehlen. Dann lieber mit dem Visier zu spielen. Auf jeden Fall, also... Kann ich mich bis jetzt nicht beschweren. Hier haben wir auch mal die... Die Nachladesequenz. Wenn wir... Oh ja. Warum hat er so mit seinem Arm gezuckt? Mal gucken. Wenn wir mal länger nichts machen, habe ich gehört. Soll die... Soll er irgendwie... So eine Drehung machen und die einstecken. Also wurde in dem Video gesagt, wenn man nichts macht. Also nicht, wenn man sie wegpackt, dann auch. Okay, der zuckt so ein bisschen mit seinem Arm. Aber das ist doch nicht normal, oder? Oder ist das auch bei den anderen Waffen so? Also anscheinend... Vielleicht muss man noch länger warten. Aber wenn man sie wegpackt, dann sehen wir hier... Macht er so eine kleine Revolver-Drehung. Und ja, wir starten. Ich würde sagen, wir gehen mal auf eine andere Map. Denn Hirschfelden... 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 Hirschfelden ist ein bisschen... Ein bisschen zu kompliziert jetzt. Da jetzt irgendwie die passenden Tiere zu finden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier haben wir den ersten... Wir fangen mal an mit... Der Waffe. Der ist auf 50... 25... Und 0. Das war jetzt hier mit der 243 R Cuomo Competitor. Und... Wir schauen uns direkt mal an, wie wir den getroffen haben. Also... Ja, hat halt nur einen Schuss. Nicht dafür jetzt geeignet, um 5 auf einmal rauszuschießen. Aber wenn ihr jetzt so einen Diamanten habt... Und ihr wollt den ein bisschen mit Steel killen... Dann... Hier nur die einfache Lunge. Bei der doppelten Lunge wäre er auf jeden Fall... Etwas schneller gestorben. Hier auf 82 Meter. Wir probieren das Ganze natürlich nochmal auf eine weitere Distanz. Und... Schauen dann nochmal. So, das hier vorne sind jetzt ungefähr 200 Meter. 183. Dann... Setzen wir mal... Hier das Visier an. Na, wo ist der Bursche jetzt? Egal, dann nehmen wir hier das Weibchen. Und schau mal, ist auf 50. Bin ich mal gespannt. Da haben wir vielleicht auch nur die... Eine Lunge getroffen. Gucken wir nach. Und hier vorne haben wir auch schon das Weibchen. Checken wir. Ja, da haben wir leider nur weiter hinten getroffen. Die Kugel wäre bei der Doppellunge durchgegangen. Also, der Hirsch wäre schneller gefallen. Was ich von der Waffe halte... Sie... Gefällt mir sehr. Also, sie ist nicht schlecht. Und... Hat auch eine schöne Durchschlagskraft. Nimmt auch nur wenig Platz ein. Also, wenn man jetzt irgendwie richtig grinden möchte... Und drei Männchen hintereinander schießen will... Dann... Dann kann man natürlich auch die Ranger nehmen. Also, dann ist die jetzt nicht so dafür geeignet. Aber... Sie nimmt nur einen... Wie gesagt, nur einen Platz Gewicht ein. Und deswegen kann man die gerne halt mal so als Ersatz für die Ranger... Die hat auch eine gute... Haben wir vorhin gesehen am Schießstand... Eine gute Genauigkeit. Bei den Rothirschen... Ich mach's jetzt nicht, sonst wird das Video zu lang. Bei den Rothirschen... Würde man auch vielleicht nicht durch die Doppellunge kommen. Vielleicht schon. Der würde dann... Zu 100% auffallen. Und... Ist ja hier auch für die Waffenklasse... Zwei bis... Sechs. Ey Leute, da kam ein Update. Seht ihr? Es hat bei mir auch so 10 Minuten gedauert. Jetzt sehen wir da in Orange die empfohlenen Klassen eingeblendet. Und auch hier... Ne, das ist bei mir... Wenn ich im Lager bin, dann sieht das auch ein bisschen von den Zahlen... Von den Munitionszahlen auch ein bisschen anders aus. Hier vorne haben wir unseren nächsten Kandidaten. Ich habe jetzt bewusst mal ein bisschen höher gezielt, damit wir nicht das Herz treffen. Ich wollte den eigentlich mal so aus 50 Metern schießen. Damit wir die aus irgendwie einer weiteren Entfernung analysieren können. Aber... Hier haben wir den Dammhirsch. Also Kugel geht auf jeden Fall durch. Auch sehr gut. Da muss man halt wirklich aus einer näheren Entfernung mit der Waffe schießen. 75 Meter würde auch noch klappen. Und hier vorne unser nächster Kandidat. Weiß ich nicht, ob der Schuss so gepasst hat. Ne. Der war nämlich auf 100 Meter. Und ich habe auf... Ich bin nicht näher an den Rand gekommen. Der war die ganze Zeit nervös. Hier liegt der große Dammhirsch. Und... Ja, hier Muskel, da Magen. Also wir haben kein lebenswichtiges Organ getroffen. War jetzt auch auf 120 Meter. Boah, ich hätte gedacht, dass er schräg zu uns stand. Also im Profil. Aber ich kann euch trotzdem versichern, meine Damen und Herren, dass diese Waffe, vor allem, wenn man irgendwie so Ansatzjagd macht. Oder das Tier auf 25 Meter oder auf 75, äh, auf 50 Meter ist, dass die Waffe da schon, schon reinknallen wird. Auf so weite Entfernungen ist die eher nicht gedacht. Jetzt kommen wir zur letzten Waffe und zur spannendsten, nämlich der Glock. Die hier, der 10 Millimeter. Und, äh, die hat eine Waffenklasse 2 bis 6. Das bedeutet, wir können die auch mal an Rothirschen ausprobieren. Oh, Leute, da haben wir einen von 9 legendären. Ich würde sagen, den schießen wir mal mit der Glock. Es ist auf jeden Fall ein Troll. Also, das sieht man hier, 215 bis 261. Und auch am Gewehr erkennt man das. Ähm, aber wir locken den trotzdem mal an. Und, äh, gucken wir auf entspannt, was die Glock so drauf hat. So, meine Damen und Herren, hier auf 40 Meter. Äh, wäre gut, wenn er sich ein bisschen ins Profil drehen könnte. Vielleicht kommt er auch noch ein kleines Stückchen näher. Dann schießen wir einfach mal auf. Oh, seine Brust. Ich hätte ihn gerne zweimal getroffen. Leider hat das Ganze, leider hat das Ganze nicht geklappt. Aber der Schuss war trotzdem tödlich. Er ist natürlich sehr niedrig, obwohl wir hier den großen Fleck haben. Und hier liegt unser neuen legendärer, also er ist schon ziemlich weit gekommen. Mal nachgucken. Gold, 240. Obwohl wir den rechten Lungenflügel getroffen haben, ist er doch schon lang gelaufen, wirklich. Also, ich kann mir vorstellen, mit der Ivan jetzt, wenn wir da die einfache Lunge getroffen hätten, dann, ähm, wäre der Hirsch schneller gefallen. Also, für Rothirsche würde ich die Glock jetzt nicht empfehlen. Ähm, dafür ist, ist sie einfach nicht gemacht. Also, ähm, von der Seite hätten wir vielleicht die Doppelunge getroffen. Hat jetzt nicht geklappt. Muss man einfach ausprobieren. Aber, selbst wenn, also ich empfehle euch lieber für Klasse 6 Tiere, lieber die Ivaniets oder eine andere, ein anderes großes Gewehr. Ja, die ist eher so, guckt hier, für Füchse, für Level 3 Tiere würde ich schießen bis Level 4. Also, bis Waffenklasse 4 Tiere. Ähm, geht natürlich auch 5 und 6. Aber, wie gesagt, würde ich eine andere Waffe benutzen. Das war Magic Fruit Deer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick über die Waffen bekommen. Also, auf jeden Fall, geile Waffen. So, finde ich, finde ich cool. Auch hier die... Die Glock, äh, echt stabil, 15 Schuss. Also, ähm, da habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr den, den Waschbär trefft. Und, ähm, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ähm, das war Magic Fruit Deer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.